Oh die Schrift, richtig geil. Wie er da creepy aus dem Fenster guckt. Hallo. Vor allem wie er einfach winkt. Was ist denn mit ihm? Hä? Hat er jetzt Angst vor mir? Oh, ich bin das Monster in seiner Welt. Das ist nicht voll gemein, wenn ich jetzt hier einfach so in sein Zuhause komme und dann dann so, das war so. Er hat doch Angst. Hm. Da, 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 da. Buh. Fühlt sich gut an, mal andere zu erschrecken. Kann ich mich jetzt so mit ihm anfreunden? Das wäre voll cute. Könnte das Schwein so hier für ihn braten? Nein, okay, schade. Oh, witzig. Hey. Okay, da kann man den Eimer dran packen und dann Wasser holen. Aber wofür? Das ist die Frage. Ich hätte hier jetzt das Schwein drauf gepackt, so Blutopfer mäßig, nicht? Ich brauche bestimmt vier Ingredienzien. Oh, die Geißer sehen mega süß aus, jetzt wo ich mich so dran gewöhnt habe. Mach der einfach das Feuer aus? Wie gemein. Kann man... Nein, kann man nicht. Ich hab da ein Schwein, Alter! Ich habe da ein Schwein. vielleicht könnte ich eine schweinepilz suppe kreieren jetzt hat das mit der asche doch geklappt vielleicht sind das ja die vier sachen die man braucht wer weiß schwein asche reicht das nicht nein woher soll ich denn wissen was was ihr hier für opfer rituale vollführt fehlt bestimmt noch was von dir du da lauf doch nicht immer weg hey witzig hallo oh mein kürze tak Zack Und weg ist das Schwein Oh man Okay die kann sich bestimmt in dem Schrank verstecken ein Jahr jetzt aber fix alter muss man bestimmt aber noch was von oben irgendwie holen gleich Nimm doch den Schürhaken mit Schürhaken ist doch so ein so ein altes Wort Oh, ein Schlüssel Hm, da war doch ein Schloss Hä, echt jetzt? Mach doch jetzt hier, also ernsthaft, wofür ist der Schlüssel denn sonst? Ist hier oben irgendwas zum Aufschließen? Ah Oh nein, jetzt kommt sie wieder Hm Nein Oh Sie hatte mich nicht mehr gesehen Mann, Scheiß Sie hat den Schlüssel um den Hals Ja, geh den weiten Weg Lass mich Dinge klauen So Was 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 ist das? Ich hab hier irgendwas geklaut aber ich weiß nicht was Ah Oh, ein Feuerstein Oh schön Jetzt ist hier unten Licht Okay Aber wofür ist denn der Schlüssel? Oh 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 Ähm Ähm Da kann man doch bestimmt auch eine falsche Wahl treffen Mir gefällt der Hm Hm Okay Ach Und dann kann ich die da rein machen um sie zu vergiften Oh Wie frech Okay Aber jetzt einmal warten bis sie bis sie hier wieder unterwegs ist Irgendwelche Dinge zu tun Muss ich den eigentlich hacken? Nein Ich schmeiß ihn einfach da rein, oder? Ich mein, mal gucken ob das jetzt überhaupt ein giftiger Pilz ist Oh Nein Äh Oh, der Wasserkopf Okay Mal gucken In den Schrank In den Schrank hinein Das Gameplay ist bestimmt wesentlich kürzer wenn man das Spiel zum zweiten Mal spielt Hier Feuer an Kesse drüber Schlüssel holen Pilze Zack Ich bin kürzer sch Ich bin ich mit Von Schro Schro Ich bin Schro Ich bin Kürzer Von Gläck wie Ich hoffe, das ist nicht schlimm, dass ich jetzt den Vorhang nicht wieder zugezogen habe. Aber sie weiß ja nicht, dass ich im Schrank bin. Also was soll schon passieren? Ich frage mich, von was zum Tier der Schädel da oben im Regal ist. Oh, schnell, 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 schnell. So. So. Dann hoffen wir mal, dass sie ihre Suppe gleich nochmal testet. He, he, he. Oh. Oh, jetzt sieht sie aus wie die Hexe aus Wicked. Die hat da so grüne Haut. Ich wollte immer Wicked gucken. Ich habe es nie gesehen. Irgendwann muss ich das mal machen. Ich weiß gar nicht, ob das im Moment in Deutschland überhaupt läuft. Ah. Weiter geht's. Bounce. Ja, okay. Cool. Hallo. Hm. Was immer das bringen soll, aber, äh, oh, vielleicht kann man ja irgendwas beflöteln. Ist hier was drin? Oh. Was ist das? Eine goldene Bohne? Oh. Hallo. Nein, was ist er denn? Was ist er denn? Äh. Oh, wie ein Albträumart. Oh, vielleicht brauche ich den, den richtigen Traumfänger. Das wäre ja mal mega süß. Oh, okay. Das war auch nicht der richtige Traumfänger. Oh, vielleicht die Eule. Stopp. Probier's mit der Eule. Flöten. Okay. Und. Habe ich es jetzt so viel verbrochen einfach? Oh. Oh Mann. Der tut, ey. Witzig. Witzig. Und was, was? Ist das eine Erdbeere oder eine Tomate? Oh nein, sie ist verfault. Oh, I'm so sorry. Witzig. Das Geräusch, wenn die Frucht wächst. Geil. Wer hat denn die Sounds gemacht von dem Game? Oh, da ist der Stein, den er vorhin da reingeworfen hat. Nice. So. Ah, den kann man da reinpacken. Ich habe keine Ahnung, was man davon hat, dass da diese Bären wachsen. Oh, der Baum. Oh. Oh. Oh, ich dachte, ich könnte vielleicht... Oh. 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 Wie geil. Was ist das denn? Eine Monsterkönigin oder sowas? Nein. Oh. Ich dachte schon, er geht jetzt einfach so straight zu mir. Ey, Digga. Was sitzt du da hinterm Bus? Oh. Wer ist sie denn? Sie sucht... ...mich? Oh. Oh, sie schnüffelt. Sie nimmt Witterung auf. Seltsam. Kapitel 3? Nächstes Mal. Wahrscheinlich in einem anderen Outfit und ein bisschen wacher. Aber vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.